Das Ebtron von Marco Ebbinghaus im Olixer Unterland ist wie immer fein rausgeputzt, wenn Gäste erwartet werden. Dieses Mal sind es die Wirtschaftsjunioren, die mögliche Sponsoren für ihre Bundeskonferenz im September kommenden Jahres erwarten. Bei einem kleinen Frühstück sollen Geldgeber begeistert werden, die diese Veranstaltung mit etwa 1000 Delegierten im Bergischen Städtedreik unterstützen können. Auch die IHK und Stadtspitze sind um 7.30 Uhr im Ebtron Auditorium zugegen und unterstreichen damit die Bedeutung des Leuchtturmprojektes. Neben dem Bewerbungsfilm zur Bundeskonferenz und einigen Grußworten zur frühen Stunde erläutert Nikola Spengler die Möglichkeiten des Sponsorings.